Hallo und willkommen zu Solid Stake. Mein Name ist Felix und ich spiele heute als Gambler. So, und ich sehe gerade, ich bin hier schön auf der Schneemap und aktiviere die ersten Schreine. Eile ist geboten, denn, ja, ich habe Angst, dass der Devil mich schnell hier finden wird. So, denn als Devil teleportiert man sich ja normalerweise viel zu den Schreien. Lauf, 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 lauf. Oh, okay, ist die alte Katze, Oma. Okay, nicht in gerade Linie laufen, denn ansonsten macht es Miau, Miau und ich bin eine Katze. Das will ich nicht. Denn schließlich tut das meinem zarten Körper weh. Oh, hallo, hier sind ja auch noch ein paar Leute. Wo kommen die denn her? So viele Katzen. So, hier sind solche alten Hütten. Okay, hier ist ein anderer Schrein. Und eine Truhe. Okay, das ist sehr nützlich, denn Truhen kann man Items finden, ähnlich wie in Dead by Daylight. So, mal sehen, was ich hier finde. Ich denke, eine Teleportationskette wäre ziemlich nützlich. Und da wurde der erste schon in eine Katze verwandelt. Ha, Heilpillen, das ist eigentlich noch nützlicher als eine Teleportationskette. So, da bin ich ausgerüstet für den Fall der Fälle. Aber ich muss jetzt erstmal wieder einen neuen Schrein finden. Vielleicht hier unten irgendwo. Das Ding ist, selbst wenn ich einen Schrein finde. Okay, dann könnte ich ihn nicht aktivieren. Aber jetzt habe ich einen Shop gefunden. 10, 8, na, 18 und 3. Damit komme ich auf 21. So, und ich bin auch noch ausgerüstet. Hier ist der Shop, das muss ich mir in etwa merken. Okay, hier der Schrein ist gleich in der Nähe. So, wollen wir den nochmal aktivieren? Erst die 3, dann die 8. Damit es ein bisschen schneller geht. Und zum Schluss dann die 10. So, der eine, der verwandelt wurde, ist jetzt auch wieder ein Mensch. Ich hoffe einfach mal, dass die Hexe mich jetzt hier in Ruhe den Schrein aktivieren lässt. Bei mir fliegen überall Katzen durch die Gegend, das ist schön. So, jetzt die 10, die dauert immer so ein bisschen länger. Okay, ich verschritte, das ist einer von meinen Leuten. Okay, die will, dass ich sie heile. Aber sorry, ich aktiviere erstmal die 10. Denn wenn der Schrein hier noch aktiv ist, kann sich die Katzenlady auch hierher teleportieren. Drum, lieber erstmal den Schrein aktivieren. Und auf Nummer sicher gehen. So, ja, jetzt heile ich dich denn. Ja, bleibst du... Bleibst du stehen. Bleibst du stehen. Dankeschön. So, jetzt schauen wir natürlich beide in die falsche Richtung. Wenn sie von hinter uns kommt, dann... Miau, miau. Und wir sind Katzen. So, aber... Jetzt wurde sie geheilt. Okay, ich habe auch ein paar Münzen, brauche ich aber gar nicht, denn ich habe die Heilpillen. Und die sind eigentlich ein ziemlich starkes Item. So, mal sehen. Ja, mache ich eigentlich das gleiche nochmal. Hat sich ja ganz gut bewährt. So, ich bin irgendwie der Einzige gewesen, der jetzt hier den Schrein aktiviert hat. Was war denn hier hinten? Hier hinten war ein Schrein, an dem jemand anders gearbeitet hatte. Ah, okay, dort arbeiten sie schon mal. Hier fehlt noch ein Ass. Wenn in die... Oh, in die Richtung. In die Richtung, da ist der Shop, ja. In der Richtung. Ja, ja, genau da. Lauf weiter. Huah! Da hat sie mich jetzt auch überrascht. Weil wir gerannt sind. Ich glaube, dass wirklich, wenn man rennt, hört man einfach die Devils nicht näher kommen. Jetzt wollen wir mal laufen. Nein. Läuft die mir jetzt hinterher? Ich wollte doch nur zeigen, wo der Shop ist. So, ich hoffe, sie hat sich's gemerkt. War ja schließlich eine sehr präzise Wegbeschreibung. Oh, oh, ich war gleich... Nein, nein, nein. Nicht mit mir, liebe... Oh, sie wurde verwandelt. Okay, ich versuche noch mal zum Shop zu kommen. Der war nicht hier in der Ecke. So, aber warte, die kann ich doch erst mal... Okay, dort hinten ist sie. Wenn ich dich befreie, dann lieber so. Ja, die würden mich gleich in eine Katze verwandeln. Ich seh's kommen. Ja, ja, ich würde dich ja auch gerne befreien. Aber wenn hier die Katzenoma rumläuft... Komm her, komm her. So, die Tür ist zu. Natürlich, ich laufe jetzt hier am Block, oder wie? So, hinhocken. Dann sieht sie mich nicht. Okay, aber ich glaube, ich bin hier relativ sicher. So, die eine... Na toll. Wird jetzt auch niedergemacht. Okay, aber... Erstmal wieder zurück zu meinem Schrein, ja? So. Wo war mein Schrein? Der war, glaube ich, hier irgendwo... Hier, perfekt. Ah, sich hier zu... Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Nein, nein, nein. Nicht mich zur Katze machen. Ich mag das nicht. So, okay. Einfach abhauen. Weg, weg, weg. Oh, die Katzen hier überall. So, dort hinten liegt eine. Die ist gerade eben erst umgefallen. Die werde ich erstmal nicht holen. Was ich machen werde, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal mit dem Ass den einen Schreiner in der Ecke aktivieren und dann versuchen, den anderen zu aktivieren. Denn wenn alle Schreine aktiviert sind, haben wir auch so oder so gewonnen. So, okay. Das sollte ich schaffen mit dem Ass hier. So, selbst wenn es sich teleportiert, so schnell ist meistens der, der will doch nicht. Oha! Verdammt! Aber Heiltablette. Ja, mir kannst du gar nichts, grüßliche Katzenoma. So, da mache ich auch mal zu. Okay, jetzt 18 habe ich, ne? Kann ich das nicht auch irgendwie kleiner machen? 7, 3, ja toll, jetzt habe ich es. So, 7, 3, 8. Damit komme ich auch auf 18. Kann die 3 aber wenigstens schneller aktivieren. Und die, äh, als jetzt eine 10 an sich. Das heißt, ich könnte immer ein kleines Stückchen am Schrein weiterarbeiten. Und würde sogar einen Fortschritt machen, wenn ich jetzt immer mit einer fetten 8 oder einer fetten 10 alleine komme. Dann mache ich da auch nicht wirklich Fortschritt. So, ich laufe mal wieder lieber. Und aktiviere die 3. Ach, ich hätte mir ein Item holen sollen. Na toll, aber die 3 aktiviere ich noch. So, und sie läuft jetzt wahrscheinlich hinter mir. Ja, 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 ich will aber nicht zu einer Katze werden. Okay, dadurch, dass ich wahrscheinlich hinter diesen Kästen gelaufen bin, konnte sie da ihren Zauber nicht auf mich wirken. Okay, safe. So, wieder ab zum Schreien. Vielleicht könnte ich den auch kleiner machen mit einer 3 nach 4. Ach, ich probiere es einfach, jetzt die 7 durchzukloppen. Ich meine, sie hat sich gerade eben teleportiert. Das heißt, sie kann sich für eine gewisse Zeit erst mal nicht wieder teleportieren. So, die 7 ist da drinnen. Und jetzt versuche ich mich mal an der 8. Wenn ich die 8 nicht schaffen sollte, dann, mein Gott, hole ich mir zwei Vieren oder sowas, wenn es das gibt. Wenn es das im Shop gibt. So, aber momentan sieht es ganz gut aus. Na komm. Ja, das schaffe ich. Easy. Perfekt. Wundervoll. Ähm, ja, sie hätte vielleicht den Schreien sich da härter verteidigen sollen. Ich meine, mich hat sie ja auch nicht fortgejagt. So, und da fällt die arme alte Katzenoma. Keine Herzchen für das Kätzchen. So, Punkte gab es reichlich. Wie wundervoll. Habe auch mal geheilt. Ich merke, meistens bekomme ich hier in der Kategorie nicht so viel, weil ich halt zu selten Leute heile. Ähm, bekommen wir nochmal die Endpunkte zu sehen? Ich glaube, die... Der Killer... Ja, der Killer hat direkt dieses Spiel verlassen. Na gut, ich packe hier nochmal eine zweite Runde dran und würde sagen, dann bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder in der zweiten Runde. So, ich sehe gerade, meine Karten sind 9, 10 und 4. Mal sehen, ob wir... Oh, 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 oh. Ich weiß noch nicht, was das für ein Devil ist. Eine Braut, okay. Keine Katzeoma jetzt. Sondern eine Braut. Und ich hoffe mal, dass sie mich nicht weiter jagt. Aber ja, ich habe sie schnell genug gesehen. Da komme ich weiter weg, wollte ich sagen. Rauskommt du Weik. So. Jetzt aktiviere ich die 9, dann die 10 bei dem Schrein. Dann braucht der noch eine 2. Ich weiß nicht, die 4 hebe ich mir erstmal noch auf. Ich hoffe, ich kann hier in Ruhe die 9 aktivieren. Und zack. Ja, das kann ich jetzt noch die 10. Und mit 19 Münzen könnte ich mir... Also ich glaube, 19 Münzen kann man sich die Heilpillen kaufen. 16 Münzen die Schattenkarte und 11 Münzen die Teleportationskette. Solange ich nicht verletzt bin, hole ich mir gerne die Teleportationskette. Weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl an den jeweiligen Items. Und ich glaube, die Heilpillen hebt man sich dann doch lieber für später auf. So, und hier ist noch ein Schrein. Hier hat sich ein Geist aufgehangen, okay. So, jetzt aktiviere ich die 4. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein Shop in der Nähe. Aber dem war nicht so. So. Der Schrein braucht noch 17 und der andere braucht noch 2. Ich glaube, mit ein paar Münzen lässt sich das ganz gut machen. Äh, mit ein paar Karten. Wenn ich einen Shop finde, könnte ich beide Schreine hier unten aktivieren. Aber erstmal einen Shop finden. Da ist das große Aber. So. Ich durchstreife erstmal hier den Mittelteil der Map. Auf der Suche nach Schreinern. So, da wurde der 2. schon gemacht. Mensch, wir sind aber schnell. Wenn ich beide, meine beiden... Oh, 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 oh. Wieso habe ich die denn nicht kommen hören? Da wurde der 3. Schrein gemacht. Meine Güte, die arme Braut hier. Beinahe wäre ich in sie reingelaufen. Dann hätte sie zumindest schon mal einen Hit gehabt. Und ein paar Münzen damit. So, aber... Die dominiert hier gerade nicht so wirklich. Ich meine, ich konnte meine... Alle Karten dort unten aktivieren in Ruhe. Ohne, dass sie sich überhaupt erst teleportiert hat. Also ich glaube, dass der Shop... Hier am Nordende der Map ist. Ich meine, die haben die ganzen Schreine sehr schnell durch... Ähm... Getroschen. Das heißt, sie müssen viele Karten haben. So, jetzt hole ich mir eine 1, eine 7 und eine 10. So, und ich denke, eine Stealth-Karte, damit ich auch sicher durchkomme. So, die aktiviere ich hier einfach mal. Ich meine... Warum nicht einfach mal ein schönes Item verschwenden? Und mich total immobil machen? Oh, das ist so sinnlos. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Gerade jetzt muss ich wieder eine Tür aufmachen und werde dadurch sichtbar. Aber hey... Den aktiviere ich doch gleich. Nehme ich mit. So, ich habe immer noch eine 17. Das heißt, ich könnte hier unten jetzt einen Schrein aktivieren. Vielleicht haben sie auch schon meinen Einer-Schrein dort unten aktiviert. Da war es ganz gut, dass ich den auf dem Weg mitgenommen habe. Nein. Ach, da fehlt eine 2, keine 1. Puh, zum Glück habe ich einen Ast mitgenommen. Das ist nochmal gut gegangen. So, aber jetzt hier die 17. Ah, da wird auch schon fleißig aktiviert. Na toll, meine Odyssee und die verschwendete Stealth-Karte war alles ein bisschen sinnlos. Ich habe jetzt nur diesen einen Schrein, äh, den einen Shop dort oben gefunden. Einen anderen Shop gab es bis jetzt gar nicht. Ich hoffe mal, dass die Braut jetzt hier langsam mal ein bisschen auftritt im Moment. Ich meine, hat hier noch gar nichts hinbekommen. Beziehungsweise noch niemanden verletzt. Ist wahrscheinlich ein ganz neuer Spieler. Der wird gleich hier auf uns losgelassen. Oh, das tut mir schon so ein bisschen leid. Aber so ist das Spiel. Nur so lernt man es. Ich glaube, gerade wenn man das Spiel zuallererst spielt, dann sollte man vielleicht nicht die Braut wählen. Ich muss sagen, in meinem ersten Video habe ich ja auch die Braut gespielt. Und das war so der Devil, den ich von Anfang an spielen wollte. Aber der Kadaver, der eignet sich da denke ich deutlich besser, weil man zumindest mit dem Sprint noch so den einen oder anderen Hit kassieren kann. Mit der Braut muss man halt möglichst, ja, mit seinen Illusionen gut umgehen können. So, den Prinzen könnte man auch spielen. Aber den Prinzen, muss ich sagen, finde ich momentan auch relativ schwierig zu spielen, weil man sich so anschleichen muss und den Gambler halt nicht sehen kann, beziehungsweise nicht sehen darf, um sich effektiv anzuschleichen. So, da mag ich die Braut sogar noch lieber. So, aber jetzt aktiviere ich hier die sieben, äh, die zwei, also die beiden Esser und dann haben wir auch gewonnen. So, tja, das war mal eine ruhige Runde zum Abschluss. Tja, wir sind ein, zwei Mal in die Braut reingelaufen, sie hat es aber nicht hinbekommen, uns zu schlagen. Aber sie hat sich auch nicht wirklich teleportiert, vielleicht hat sie das auch noch nicht so richtig rausgefunden. So, dadurch gab es auch nicht so viele Punkte, wir konnten nicht viele Leute heilen. So, aber wenigstens ein paar Münzen. So, wie sieht es aus? Ja, der ist Level 2, der hat das Spiel wahrscheinlich eine Runde vielleicht mal gespielt, ist auf Level 2 gekommen und dann nicht weiter. Hat nicht mal sich einen Cheat, also einen Perk reingenommen. Naja, sowas passiert dann eben auch. Na gut, ich hoffe, euch haben die beiden Runden gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Aufsucht! Tatsächlich auf der morning, da mooi mitzter fourteen ku Visa her benötigerlich Luego wird es nur riesig.